So ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Sports Gaming Channel. Hier ist wieder euer Jens mit Content zu eFootball. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich in Season 3 jetzt wieder in die Spur gefunden habe. Tatsächlich, der eine oder andere wird sich an meinen ersten Livestream vor einigen Tagen erinnern. Es lief ja insgesamt ganz gut, aber ich hatte ja gesagt, das ist alles schwerfällig, das ist alles ein bisschen zäh, wie ich auch spiele. Und natürlich gibt es da einmal zwei Faktoren, während ich jetzt mal in meine beste Mannschaft reingehe und euch das gleich mal zeigen werde. Zum einen muss man natürlich auch ein bisschen im Saft stehen, dann spielt man natürlich auch leichtfüßiger. Und die Verbindung muss natürlich auch passen, aber ich glaube nicht, dass ich bei dem Stream irgendwie große Verbindungsprobleme hatte. Das war einfach dieses Nicht-im-Flow-Sein. Und ich habe aber auch meine Mannschaft hier umgestellt und seitdem läuft es richtig gut. Habe gefühlt von den letzten zehn Spielen in Divisions, ich glaube acht gewonnen und ein Unentschieden und eins verloren. Und das liegt natürlich unter anderem auch daran, dass ich jetzt diese Formation umgestellt habe. Ihr seht es jetzt hier, es ist eigentlich ein klassisches 4-4-2, wenn ihr so wollt. Und natürlich hier, wenn ihr den einen Mittelfeldspieler hier im defensiven Mittelfeld auf zentral stellt, dann nimmt er natürlich gleich ein 4-1-3-2, weil er den dann in die vordere Reihe der Aufstellung zählt. Für mich ist es ein 4-4-2. 4-1-3-2 ist egal. So spiele ich erst einmal von der Systematik. Das seht ihr, ich spiele schneller Konter und ich habe mich auch hier hinten entschieden, wieder die Dreier-Innenverteidiger-Kette aufzulösen zugunsten eines klassischen RVs und LVs. Warum das trotzdem funktioniert, werde ich euch gleich in den individuellen Aufstellungen zeigen und den Taktiken. Ihr könnt ja da ein bisschen was machen, aber ich zeige euch natürlich auch, wen ich hier Stand jetzt als Ersatz auf der Bank habe. Ich habe Lothar Matthäus noch, dann habe ich Roberto Carlos als zweite Linksverteidiger-Option. Oder ich kann ihm auch einen linken Mittelfeld einsetzen. Das ist also eine Flexliebe-Situation. Dann haben wir hier natürlich noch Mittelstürmer Michael Owen, Halbstürmer Maradona. Wichtig ist, wenn ihr Maradona einsetzt, das ist meine persönliche Meinung, auch wenn ihr ihn vorne hier einsetzt, dann ändert die Position von Mittelstürmer auf Halbstürmer ab, weil er dort einfach ein Stück weit stärker ist. Aber ich würde ihn schon da vorne einsetzen und nicht irgendwo anders. Ich habe die offensive Mittelfeldposition mit dieser Aufstellung bei mir auch wieder aufgelöst, aber ich komme damit bestens zurecht und werde euch gleich erklären, warum das so ist. Als Mittelstürmer hier Michael Owen, da haben wir hier noch Beckenbauer, den ich auch notfalls als rechten Verteidiger einsetzen kann, genauso wie Kimmich. Und Jesus probiere ich gerade mal, da habe ich noch gar keine Meinung dazu. Er ist so ein bisschen die Variable hier in meinem 18er-Kader. Und Gabriel Battistuta als zweiter echter Mittelstürmer, sage ich jetzt mal, mit Van Nistelrooy im Kader. Romario ja auch, aber der ist ja nicht so ein kantiger Spieler. Der ist ja eine exzellente Symbiose aus allem. Schnell, wendig, nicht zu groß, nicht zu klein, hat ein gutes Balancing, kann den Ball halten. Super Abschluss. Und wie gesagt, ich fange dann auch die Tage mit den Videos an, rund um meine besten Spieler in den einzelnen Etagen der Fußballpositionen sozusagen. Und denke, das werden auch ein paar interessante Videos. So, warum spiele ich eigentlich jetzt erfolgreich? Zum einen die Aufstellung, das heißt, nach schnellem Ballgewinn gehe ich mit diesen beiden Spielern im Regelfall entweder den Pass hier links raus oder rechts raus. Kann natürlich auch sein, dass Kimmich mal zum Beispiel hier den Pass erobert und Neymar zum Beispiel hier dann schon in die Position durchgelaufen ist. Und ich könnte den auch diagonal zu Neymar hochspielen. Auch das klappt sehr, sehr gut aus diesen Positionen heraus. Und von dort habe ich entweder die Möglichkeit im 1 zu 1, wenn überhaupt ein Verteidiger an mir dran ist, erfolgreich zu sein und hier reinzuziehen. Oder ich kann mit diesen beiden Spielern, und das ist auch wichtig für diese Art der Spielweise im schneller Konter, der linke und rechte Mittelfeldspieler sollten natürlich auch sehr, sehr gute Passwerte haben. Und das haben beide, wir können uns das hier mal ganz kurz anschauen, Flachpass 82, gelupfter 92. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin hier auf jeden Fall der Meinung, dass ihr bei beiden Spieler haben solltet, die mindestens 80er Pässe haben. Hier seht ihr es, Flachpass 84, gelupfter 81, die dann also auch einen präzisen Pass, wenn sie den Ball nach Balleroberung zum Beispiel von diesen beiden Positionen oder auch von hier bekommen haben, entsprechend vorne in die Spitze reinspielen können. Dann braucht ihr natürlich schnelle Spieler. Natürlich könnte ich jetzt hier auch Romario und Michael Ohn nehmen. Das ist natürlich was das schnelle Reinspielen in die Spitze angeht oder Maradona Romario als Beispiel. Eine noch bessere Kombination. Aber das kommt natürlich auch immer darauf an, welche Spieler bei mir sehr gute Form haben ganz vorne. Und ich mag es schon auch eine Kante, einen Strafraumfuchs zu haben. Also entweder Batistuta oder von Nistelroi, die einfach auch nochmal ihre Stärken woanders haben. Und zwar, wenn es im Strafraum um Torsituationen geht, um gefährliche, dann sind diese beiden Spieler im Speziellen einfach da. Und das ist einfach eine coole Situation. Soviel erstmal zu der Tatsache, warum ich so ein bisschen wieder erfolgreich spiele. Aber Lucas Hernandez, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, jetzt mal die individuellen Anweisungen anschauen. Das ist wirklich wichtig, damit diese Aufstellung so auch funktioniert. So zumindest bei mir. Positionstreue immer bei mir. Der klassische Mittelstürmer, der Brecher vorne drin. Das ist dann entweder Van Nistelroi oder Batistuta oder wenn in Form natürlich nehme ich auch gerne mal einen Lewandowski als dritten echten Mittelstürmer. Und zwischen diesen dreien würde ich immer so ein bisschen hin und her rotieren. Habe eigentlich immer zwei von denen im Kader. So würde ich es jetzt einfach mal sagen. So, Positionstreue, also der echte Mittelstürmer. Das heißt, der regiert dort nicht irgendwo rum und tanzt in der Gegend rum vorne, sondern den habe ich immer als Fixpunkt eigentlich im Sturmzentrum anspielbar. Für mich ganz wichtig. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Das ist der erste Tipp. Dann haben wir hier. Ich habe es ja gesagt. Lukas Hernandez ist entweder linker Verteidiger oder Innenverteidiger. Aber er ist natürlich vom Spielertyp. Das zeige ich euch mal. Eben auch einer, der so ausschaut. Extra Offensivverteidiger. Das heißt, der geht schon auch im Ballbesitz mit nach vorne. Und das versuche ich einfach mit dieser Klasterung, dieser Einstellung ein bisschen zu unterbinden. Ich lasse ihn defensiv hinten weitestgehend. Natürlich kommt er auch mal mit vor, aber nicht mehr so aggressiv, wie er aufgrund seines individuellen Spielstils extra Offensivverteidiger hat. Weil ansonsten, klar, ich gehe als schneller Konter natürlich nach Ballgewinn mit der gesamten Mannschaft nach vorne. Und bei schneller Konter ist die Aufstellung hinten anfällig. Und wenn ich natürlich dann noch einen Innenverteidiger habe, der nicht Aufbau hat und Zerstörer ist und dann noch einen Außenverteidiger habe, der auch offensiv aufgestellt ist, dann rüttelt es meine Abwehrkette hinten auseinander. Und wenn ich meinerseits Ballverluste kassiere und schnelle Gegenstöße, dann steht die Abwehrkette hinten einfach nicht gut genug. Das ist der ganze Grund, warum ich das hier mit Lukas Hernandez so gemacht habe. Denn insgesamt möchte ich auf ihn in der Viererkette überhaupt nicht verzichten. Denn er hat super geile Verteidigungswerte. Kann ich euch ja nochmal zeigen, wie ich ihn gelevelt habe. Das funktioniert natürlich so. Schaut euch das mal an. Verteidigung, Aggressivität, Tackling, defensive Einstellung von 90 bis 98. Und damit ist er, was diese Qualitäten angeht, tatsächlich sogar mein bester Innenverteidiger, den ich habe. So, wir kommen zu den letzten individuellen Einweisungen. Ihr seht es jetzt hier. Zocken. Zocken. Ein Spieler. Ich würde Zocken immer einem Spieler geben im offensiven Bereich. Ich habe mich jetzt hier schon seit Langem für den linken Mittelfeldspieler oder wenn ich gespielt habe, auch mit dem linken Außenstürmer für diese Einstellung entschieden, weil das einfach eben dann auch so ist, dass dieser Spieler dann eben schon mal nicht immer so konsequent mit nach hinten arbeitet. Übrigens auch ein interessanter Tipp an diesem 4-4-2, dadurch, dass ich kein LA habe oder RA, die natürlich noch offensiver ausgerichtet sind. Der linke und rechte Mittelfeldspieler arbeiten einfach besser mit nach hinten und stabilisieren mein Gebilde in schneller Konter einfach auch ein Stück weit mehr. deswegen auch hier klappt dieses System in seiner Gesamtheit für mich dann doch besser als ein 4-3-3 zum Beispiel, wie ihr es im Stream gesehen habt mit zwei Mittelstürmern, einem linksaußen, einem offensiven Mittelfeldspieler, weil der linke und rechte Mittelfeldspieler einfach eben nicht nur offensiv ausgerichtet sind, sondern auch mit nach hinten arbeiten, was reine Stürmer so in dem Maße eigentlich nicht tun. Ganz, ganz wichtige Sache. Aber wie gesagt, hier dem Neymar gebe ich immer zocken, beziehungsweise dem linken Mittelfeldspieler gebe ich das Attribut zocken, der soll nicht ganz so viel Ausdauer verbrauchen. Das funktioniert auch, klar, arbeitet nicht mit nach hinten, spielt natürlich dann auch immer so ein bisschen Bei-Ball-Gewinn so ein bisschen an der Abseitskante, ist aber gut anspielbar vorne und leitet dann entsprechend nach gutem Pass auch die Konter sehr, sehr gut ein. Auf jeden Fall ein Tipp von mir. Die letzte Stabilisierung, die ich hinten vorgenommen habe, ist die tiefe Abwehrreihe mit Claude McLeal in dem Fall. Man kann natürlich jetzt hier streiten, ob ich das eventuell sogar einem Kimmich geben müsste, damit der sich nicht so weit vorne einschaltet. Denn Claude McLeal, das kann ich euch zeigen, der hat ein Zerstörer-Attribut und geht schon auch immer mal ganz gut nach vorne rein. Das versuche ich einfach mit dieser Klasterung zu verhindern. Wie gesagt, man könnte es so belassen, einige argumentieren dann hier immer, dass ich in dem Fall einen Spieler auf der defensiven Mittelfeldposition, der Zerstörer hat, einfach so ein bisschen diese Stärke auch nehmen, weil ich ihn damit ein bisschen ausbremse. Ja, das kann man so sehen. Ich komme damit aber gut zurecht und das ist ja für mich einfach dann auch der entscheidende Punkt. Ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Ich kann ihn damit gut vor der Abwehr eine gewisse Aggressivität ausüben lassen, ohne dass er so hoch rückt. Und beim zentralen Mittelfeldspieler muss man sagen, wenn ich Kimmich nicht in der Position drauf habe, sondern ein Lothar Matthäus und ich würde die tiefe Abwehrreihe machen bei diesem zentralen Mittelfeldspieler, dann würde ich diesen zentralen Mittelfeldspieler in seinem Drang nach vorne, gerade auch ein Box-to-Box-Spieler, wie es Lothar Matthäus ist, dann entsprechend auch ein bisschen beschneiden und ihm ein bisschen seine Stärken auch im Torabschluss nehmen, weil er dann nicht so gut mit nach vorne geht. Das muss jeder für sich ein bisschen probieren. Aber das ist, Leute, mein aktuelles Erfolgsrezept, funktioniert wieder richtig gut. Ich bin wieder richtig happy und habe natürlich da auch Bock, euch weiterhin entsprechend Livestreams mit Divisions zu zeigen, weil es ja in Gänsefüßchen trotz alledem schon Spaß macht, wenn es natürlich auch läuft. Das soll es eigentlich bei mir gewesen sein. Eine Sekundärtaktik könnte ich jetzt theoretisch auch zeigen. Da ich sie praktischerweise aber nie nutze, halte ich das jetzt eigentlich nicht für sinnvoll. Nochmal ganz kurz was zu diesen individuellen Anweisungen. Natürlich könnt ihr hier auch für euch variieren und schauen, bei welcher Position ihr welche am besten findet und am besten mit zurechtkommt. Ich habe euch jetzt einfach mal ein paar Tipps von mir gegeben, kommen damit aktuell sehr, sehr gut zurecht. Und vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, das Ganze mal nachzubauen und selbst zu probieren. Viel Spaß dabei. Ansonsten freue ich mich, wenn ich euch dann wieder in Livestreams und weiteren Content rund um das Spiel, aber auch andere Sportspiele begrüßen darf. Leute, ich hoffe, euch hat der Ausflug Spaß gemacht. Wie gesagt, anderer Content hier zu den besten Spielern auf den jeweiligen Positionen ist in Arbeit. In dem Sinne, wir lesen, sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Und t Mitsub mich mal. Zahn. Untertitelung des ZDF, 2020